Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, meine Herren. Herr Dr. Kohl, halten Sie als ein führender CDU-Politiker der jüngeren Generation die SPD heute für eine vollregierungsfähige Partei ohne jeden Vorbehalt? Ich würde sagen, Herr Klaus, das ist eine etwas seltsame Frage. Die SPD ist in einigen Bundesländern seit 1947 und in der Bundesregierung seit einigen Monaten mit in der Verantwortung. Eine völlig andere Frage ist, ob ich empfehle, SPD zu wählen, damit sie die Regierungsgeschäfte führen kann. Dann kommt unsere Frage, das tue ich natürlich nicht. Ich würde sagen, dass Sie die Regierungsgeschäfte haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020